Schönen guten Abend. Er hier hat sich beschwert, weil ich letztens den Gamona selber vergessen habe. Möchte ich mich nun mal ganz herzlich entschuldigen und ich werde ihn jetzt nicht einmal mehr vergessen. Und ich möchte euch auf Server 2 schnell was zeigen. Wie ihr wisst, hatte ich gestern ein E-Pick im Waffenladen, der Gürtel, aber ich hatte zu wenig Pelze. Ja, dann schaue ich so im Waffenladen heute Morgen und es ist schon wieder ein E-Pick drin. Zum Glück nur ein Glücks-E-Pick. Ich hätte es nicht gekauft, hätte ich genügend Pelze, weil ich habe schon 2 Glücks-E-Picks und ich brauche kein drittes. Und ich halte nichts von Glücks-E-Picks, aber das ist der Account, wo ich nur auf E-Picks spiele. Ja, 2 E-Picks nacheinander im Laden, auf dem gleichen Account, auf dem gleichen Server. Was für ein Glück. Ich melde mich morgen wieder. Ciao, ciao.